oida was geht ab leute team babbelt hier heute mit einem neuen segment und zwar einem interview mit renderbrain unser erster gast er war so freundlich und hat uns ein gastvideo hochladen lassen auf seinem channel noch mal danke dafür und wir hatten eigentlich vor mit ihm so eine art talkshow zu machen also das war eigentlich unser ursprünglich geplantes segment der meta talk in dem wir mit verschiedenen leuten paar minuten lang 10 20 minuten über aktuelle themen in yugio reden aber es hat sich herausgestellt dass es schwieriger ist als gedacht das zu organisieren und sowas deswegen sind wir zu dem interview gekommen wir haben ihm heute zehn fragen gestellt die konnte er dann beantworten wann er halt zeit hatte könnt gerne in die kommentare schreiben wir euch das interview gefällt dann werden wir vielleicht mehr davon machen und dann falls wir davon mehr machen könnt ihr auch gerne unten reinschreiben weniger wenn ihr alles sehen wollte also wenn wir interviewen sollen und vielleicht auch paar von den fragen ändern die sind noch nicht fix also das waren noch probe fragen paar könnte man noch ändern könnt ihr auch alles unten gerne in die kommentare schreiben ansonsten noch mal danke an renderbrain und hoffentlich gefällt euch sein interview frage nummer eins wer bist du moin leute ich bin viktor bin 25 jahre alt wohne in hamburg und ich bin hier in youtube besser bekannt unter dem namen rennebrain frage nummer zwei wie lange oder seit wann spielst du schon yugio ich spiele yugio also wirklich wieder richtig seit april 2012 da ich habe damals den anime wieder mir angeguckt gehabt und hatte wieder ein bisschen lust dazu bekommen irgendwie war die konstellation dass auch mal bekanntenkreis ein paar leute damit wieder irgendwie so ein bisschen nostalgie faktor hatten und dann sind bin ich irgendwie so mit meinen freunden dazu wieder zu kommen das halt wieder zu spielen und spiele damit eigentlich aktiv seit april 2012 so mein erstes display habe ich mir einen monat später gekauft und mein erstes turnier war etwas länger als ein jahr später die schilders die shadow spektors sneak und ich habe damals im jahre ich weiß gar nicht was 2003 oder 2004 wo bei uns der anime lief habe ich mir auch ein paar booster gekauft hatte mir ein paar decks ich hätte ein paar karten halt gehabt ich hatte mir ja auch ein deck aus den besten karten die so hatte zusammengebaut gehabt damals aber das war eher mehr so fun und ich habe auch nicht wirklich irgendwie competitive scene oder so ist bei mir nicht angekommen und habe ich auch nie wirklich gespielt habe ein bisschen mit meinem bruder so ein bisschen hier hier und da yugio gespielt bisschen mehr forbidden memories auf dem auf der playstation weil ich fand dort das spielkonzept irgendwie besser als das echte spiel mit dem fusionieren der monster direkt in der hand und so und ja das ist so ein bisschen die geschichte seit wann ich das spiel spiele frage nummer drei warum spielst du yugio ja das spiel spiele ich eigentlich weil ich das strategisch cool finde dass man halt taktiken aufbauen kann und halt viele möglichkeiten hat irgendwas halt aufs feld zu bauen und dadurch dass es halt ein kartenspiel ist und die karten gemischt werden ist das halt relativ zufalls prinzip was man bekommt und als ich wieder eingestiegen bin habe ich halt so wie jeder andere auch halt so mit random decks gespielt und da war das halt immer eine schöne überraschung wenn man halt gegen den gegner gespielt hat und man wusste nicht auf was auf einen zukommt und wie man am besten halt den gegner besiegt man wenn anhand welcher taktik und ich finde halt den strategischen aspekt von yugio eigentlich ganz gut auch wenn das jetzt nicht mehr so mehr zutrifft im competitive bereich ist vieles halt voraussagbar und da weiß man was dann halt irgendwo liegt oder was der gegner spielt weil das halt halt immer eigentlich dasselbe deck oder ähnliches deck ist was zurzeit auf dem turnier gespielt wird frage nummer vier würdest du jemals mit yugio aufhören wenn ja warum diese frage kann ich nicht wirklich beantworten ich weiß nicht ob ich damit aufhören würde und was der grund dazu wäre der einleuchtendste grund für mich wäre dass das spiel eingestellt wird von konami und keiner mehr interesse dran hat so dass ich dann auch halt das interesse dafür auch nicht mehr haben muss weil sowieso keiner mehr mit mir spielen wollen würde ansonsten finde ich jetzt keinen grund warum ich damit aufhören sollte weil es einfach ein sehr spaßiges spiel ist und ja weil es strategisch immer wieder neue möglichkeiten bietet frage nummer fünf würdest du dich als spieler trader oder youtube bezeichnen ich würde mich definitiv als spieler bezeichnen weil youtube habe ich relativ spät angefangen also ein jahr nachdem ich schon wieder mit yugio angefangen hatte habe ich ja erst mit youtube angefangen und beim spieler muss man noch mal unterscheiden es gibt die competitive spieler die halt immer auf turniere gehen und versuchen dort halt immer ihr bestmögliches ziel zu erreichen und immer halt das beste deck spielen und es gibt dann die casual player die hat aber nur spaß des spiels spielen und halt immer quirky really wild decks spielen und versuchen halt damit ihren spaß zu finden und ich bin eher auch dieser typ der hat lieber so ein wild deck spielt und versucht das meter ein bisschen ja zu ärgern mit einem deck das halt irgendwie vielleicht auf eine gewinnstrategie ausgeht die vielleicht er geht noch nicht mehr kennt und deswegen würde ich mich eher als casual player sehen frage nummer sechs was ist deine lieblings karte meine lieblings karte ist mahavailo hat einen besonderen grund als ich wieder eingestiegen bin mit yugio vor drei jahren hatte ich diese karte auch unter meinen anderen common karten die ich so hatte und habe halt damit mir mein erstes deck zusammengebaut und das war so ein bisschen das highlight wenn ich zusammen mit meinem freund gespielt hatte wenn ich mahavailo mit einer ausrüstungskarte aus welt bekommen habe war das ding halt immer richtig stark und schwer um zu rennen gewesen und daher ist das so ein bisschen meine lieblings karte sie ist auch glaube ich im anime gewesen in einer folge wo sie in dieser computerwelt sind und tea hat diese karte gespielt und ich glaube in dem flashback sieht man sogar dass es von dem richtigen yugi also nicht vom von yami yugi das eigentlich die lieblings karte ist glaube ich sogar und ja mahavailo ist meine lieblings karte ich habe jetzt nicht die originale version hier vor mir liegen sondern ein reprint aus dem battle pack 02 die andere weiß ich nicht wo die rumliegt die habe ich aber noch mit der ich tatsächlich damals noch mit meinem freund gespielt hatte und ich bin mal gespannt ob es mal später im deck geben wird was ich mal dazu bauen werde zu mahavailo was auch mal ein bisschen gut ist weil er sehr ähnlich wie ja der bank funktioniert gut mit ausrüstungskarten und ist halt meine lieblings karte frage nummer sieben was ist dein lieblings deck mein lieblings deck ist gerümpel keim toolbox ein deck was ich eigentlich sehr wilder weise halt nicht auf meinem kanal so oft gespielt habe sondern ich glaube das letzte mal auftritt 2013 in einem death row video bei mir gehabt seitdem habe ich es nicht gespielt ich spiele es hin und wieder mal in real life das ist tatsächlich der letzte überbleibsel aus dem deck was ich mir damals als ich wieder angefangen hatte mit yugi ja zusammengebaut hatte und das hat halt als hauptstrategie riesen keim und gerümpel synchronisierer und ja das ist mein lieblings deck das ist das was ich mir damals zusammengebaut hat es gibt es noch es wird auch noch künftig mal wieder auf meinem kanal in action wer kommen und ist halt so ein deck was total random ist pausen strategien in einem deck hat und viele random karten aber halt das ist so ein bisschen halt auch mein beginnungen gewesen mit yugi damals und ich finde dass das deck ist gar nicht mal so schlecht und ist mein persönlicher favorit auch wenn ich das deck extrem selten spiele viele denken herr flinke sind mein lieblings deck flinke spielen sich ähnlich wie dieses deck aber eigentlich liebe ich den keim doch mehr als den flinken momonga und grümpel synchronisierer ist auch bekannt als mein maskottchen ist nicht ganz meine lieblings karte ist aber halt da ich mit synchros wieder eingestiegen bin damals zuerst hatte ich mir als die synchros angeguckt ist das eine meiner lieblings karten ist irgendwo schon auf platz zwei oder so hinter dem maha weile und deshalb mein kanal maskottchen hier sieht man ja auch und daher gefällt mir dieses deck auch sehr frage macht was hast du an yugioh das einzige was ich wirklich an yugioh hasse sind geier leute die die kleinkinder die halt auch mal auf turniere kommen einfach abzocken und schön profit draus schlagen geier gibt es überall die gibt es nicht nur in yugioh sondern auch in anderen hobbys und sportarten und was weiß ich alles aber ich finde yugioh ist halt hat sehr viel auch mit kindern zu tun und ich finde die sollte man eigentlich nicht verarschen das ist wirklich unter aller sau und dulde ich persönlich gar nicht andere leute sehen das ein bisschen anders ist überhaupt nicht mein ding und das ist somit das einzige was ich tatsächlich an yugioh hasse dass es halt geier gibt die einfach irgendwie kleine kinder ohne skrupel einfach abzocken frage nummer 9 wie findest du das jetzige format und welches deck spielst du zur zeit wir befinden uns momentan im april 2015 format und wir gehen langsam dem ende zu daher ist das format auch schon sehr stark eingespielt die bekannten decks sind halt bekannt die halt oft gespielt werden im meter wozu halt necross gehören auch clifford's satelanites und shadows das sind so halt die meistgespielten decks die tatsächlich im metagame gespielt werden und ich finde es gut dass sich halt das format etabliert da kann man sich einstellen worauf man gegen spielt ist aber auch blöd weil deine gegner sich auf dich einstellen kann wenn du eins dieser deck spielst weil dann hast du halt dementsprechend mehr probleme wenn es ins game zwei oder game drei geht und mein deck was ich zurzeit spiele ist halt necross und ich spiele es nicht weil es das beste deck ist sondern weil ich das deck von anfang an haben wollte ich habe damals ein format gehabt auf meinem kanal das nennt sich hughi news da habe ich eine news gepostet und als ich diese zum ersten mal die artworks gesehen hatte und dass es ein ritual archetype geben wird der halte sich interessanter angehört hatte als geschkis ich mir sofort gesagt das deck will ich unbedingt haben es mir scheiß egal ob es gut oder schlecht ist das kaufe ich mir oder das ziehe ich mir zusammen aus dem display ich habe es mir eigentlich im endeffekt aus dem display komplett zusammengezogen und seitdem spiele ich das und es ist halt einfach top deck weil ich das einfach super finde dass es halt ritual wieder mal geschafft hat oder zum allerersten mal wirklich richtig ins meter wieder zurück zu kommen und halt mal diese diese spielmechanik mal wieder ins spiel zurück zu bringen was viele leute da haben sich immer gedacht was ein ritual verkehrs und necross haben das wieder zurückgebracht finde ich super und ich persönlich habe überhaupt kein problem wenn das deck total zernuket wird auf der nächsten banlist ich würde es weiterspielen und auch behalten weil das eins der decks ist was ich halt aus dem letzten jahr die so halt halt announced worden sind die wo ich mir dachte das will ich unbedingt spielen weil das einfach eine game mechanic mechanic ist die mir persönlich sehr stark gefällt weil das stark an die erste und dann die zweite yugioh serie erinnert hat weil wir dort fahren halt die meisten ritual beschwörungen halt sind haben sind das stark gefunden deswegen fand ich das so top und das ist am endeffekt anhalten meter deck geworden ist wusste ich anfangs auch nicht weil die ersten karten waren okay waren gut aber nachdem es halt dann sich etabliert hat meter dann gut dann hat sich das halt dann muss ich mich damit abfinden dass halt das deck das was ich spielen will auch ein meter deck ist und ja deswegen habe ich das deck dann jetzt zurzeit als deck was ich spiele weil wenn es schon deck ist dass ich unbedingt spielen möchte und toll finde dann kann ich das auch gerne meter spielen das gleiche habe ich letztes jahr genauso gemacht mein bestes deck war damals fire kings und das habe ich halt auch auf die europa meisterschaft genommen frage nummer zehn was würdest du gerne in der zukunft von yugioh noch sehen das einzige was ich noch sehen wollen würde wären mal erweiterungen die nicht monster related sind wir haben mit den neuen serien jetzt synchro monster bekommen wir haben exis monster bekommen und pendel monster ich wäre mal wirklich dafür dass es endlich mal neuen fallen oder zauberkarten typ geben würde wie auch immer der aussehen möchte möge wir haben jetzt so eine art neue zauberkarten typ pendeln aber sagen wir mal ehrlich dass es eher monster als zauberkarte meistens so werden sie benutzt und ich würde gerne schon was sehen was halt irgendwie wirklich die neue zauberkarten oder feindkarten typ ist am besten fände ich es auch oder das gibt sogar im anime spell monsters das wäre noch etwas was ich so monster related noch sehen wollen würde leider haben die das halt mit dem phantom rittern halt auch wieder wieder traps gewandelt was auch nicht so schön ist spare monster wären cool und ansonsten was ich noch sehen wollen würde falls sie noch einen extra der typ monster rausbringen wollen dann erhöht doch endlich mal bitte die größe des extra decks 15 karten wie sie damals 2008 für synchros entschieden worden sind mit dem aufkommen von xys monster und ein eventuell weiteren kommenden typ wäre einfach zu eng um sich ein vernünftiges deck zu zusammenzubauen ich denke mal 20 bis 25 wären es sinnvollere größe für ein extra deck und ja das sind so die sachen die ich mir gerne in zukunft noch von yu-gi-oh noch vorstellen wollen würde und noch gerne sehen würde so ich hoffe euch hat dieses video gefallen uns hat sehr viel spaß gemacht dieses video zusammen zusammenzubauen und aufzunehmen und wir hoffen ihr bleibt weiter auf unseren kanälen aktiv und das war es hier von uns und wir sehen uns dann beim nächsten mal bis dahin tschüssi 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 Vielen Dank.